Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Mein Name ist Josef Obergandschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von ECOBONO habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktien- und Angrösschenschlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie lange dauert es, bis du dein Geld verdoppelst? Das hängt natürlich ganz wesentlich von der Performance ab. Das menschliche Gehirn ist aber so gestioniert, dass wir absolute Probleme haben, den Zinsestinseffekt auch wirklich realistisch einzuschätzen. Wenn du beispielsweise 7% pro Jahr verdienst und du dein Geld verdoppeln müsstest, bräuchtest du ungefähr 15 Jahre. Also 15 mal 7 wäre 105%. Es dauert natürlich jetzt keine 15 Jahre, sondern deutlich weniger, weil du als Investor auch von dem sogenannten Zinsestinseffekt profitierst. Das bedeutet, wenn du im ersten Jahr 100 Euro anlegst und das mit 7% veranlagt hast, das heißt eine Performance von 7% erwirtschaftest, hast du nach einem Jahr bereits 107 Euro. Und im darauffolgenden Jahr wird dein Ertrag jetzt nicht mehr 7 Euro betragen, sondern eben 7% von die 107, weil dein Kapitalstock schon angehoben ist. Insofern ist es so, dass der Zinsestinseffekt im Laufe der Zeit einfach so richtig zum Greifen anfängt und sich dann doch deutlich von einer einfach hochgerechneten Performance unterscheidet. Stellt sich nur die Frage, wie kann ich das grob abschätzen? Also einerseits Performance-mäßig bzw. auch Dauer von Jahren, um da ungefähr ein Gefühl zu bekommen, wie lange es dauert, bis ich mein Geld an den Wertpapierbörsen dieser Welt verdoppeln kann. Und hier hat mir eine sehr einfache Regel wertvolle Dienste erwiesen. Und zwar ist das die sogenannte Rule of 72. Und genau um diese Rule of 72 geht es heute in diesem Beitrag. Du siehst hier auf der Grafik einmal dargestellt, wie lange es dauert, bis du dein Geld verdoppelst. Und standardmäßig kann man das relativ einfach erklären. Das heißt, wenn du zum Beispiel 7% oder nehmen wir 7,2% Performance erwirtschaftest, dann nimmst du einfach 72, dividierst es durch 7,2 und das Ergebnis ist dann eben 10 Jahre. Und 10 Jahre ist dann einfach genau der Zeitraum, der eben gebraucht wird, bis du dein Geld verdoppelst. Und das ist dann doch deutlich weniger als die ursprünglich anvisierten 15 Jahre. Im Umkehrschluss kannst du aber auch hergehen und für dich selbst sagen, okay, ich habe ein Investment, was beispielsweise 3,6% Performance verspricht. Deine Ertragserwartung ist 3,6%. Das heißt, du kannst jetzt genau die gleiche Methode anwenden, indem du rechnest 72 dividiert durch die 3,6. Dann ist das Ergebnis 20 Jahre. Das heißt, du benötigst 20 Jahre, bis du dein Geld verdoppelst. Das heißt, das ist schon einmal ein doch deutlich, deutlich größerer Sprung. Oder aber du kannst sagen, okay, pass auf, ich habe 100 Euro, möchte 200 Euro draus machen und gebe mir für eine Verdoppelung beispielsweise 5 Jahre Zeit, 5 Jahre bis zu einer Verdoppelung. Dann gehst du einfach her und rechnest 72 dividiert durch 5. Und als Ergebnis bekommst du dann die Anzahl oder den Prozentsatz, den du benötigst, damit du eben in 5 Jahren dein Geld verdoppelst. Und das sind auch für sich relativ gute Richtlinien. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie das in der Vergangenheit funktioniert hat, beziehungsweise wo wir hier liegen. Und du siehst hier mal eine Aufstellung nach den unterschiedlichen Performance-Sätzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Geld mit 2% veranlagst, dann hast du hier eine Verdoppelungszeit von ungefähr 35 Jahre. Das heißt, das ist schon nochmal extrem lang. Im Gegensatz dazu, wenn du zum Beispiel jetzt ein klassisches Aktieninvestment heranziehst und die klassischen Schätzungen liegen im Regelfall bei ungefähr 8%, dann benötigst du unter Anführungszeichen nur 9 Jahre, bis du dein Geld veranlagst. Und hier erkennt man schon, wie wichtig das dann überhaupt ist, wenn du einen langfristigen Veranlagungshorizont hast, dass du auch durchaus gewillt sein kannst oder es durchaus auch Sinn macht, gewisse Risiken einzugehen. Und hier siehst du auch die Performance von 1928 bis 2022. Das heißt, wie viel hat man durchschnittlich mit einem Investment verdient? Und hier beim S&P 500 als Synonym für ein Aktieninvestment hast du durchschnittlich inklusive Dividendenzahlungen 11,5% verdient. Das heißt, in, ja hier steht es eh, in vielen Fällen, also mehr 60% der Jahre hast du als Investor zweistellige Erträge mit deinem Aktieninvestment verdient. Im Gegensatz dazu, wenn du jetzt sehr risikolos veranlagst, in drei Monats Staatsanleihen in Treasury Bills, hast du eine Performance langfristig von 3,3% verdient. Was so viel bedeutet, bei 11 Jahren hast du ungefähr 6,6 Jahre bis zur Verdoppelung. Im Gegensatz dazu, bei 3,3% benötigst du 24 Jahre oder 23,5 Jahre, bis sich das Geld verdoppelt. Jetzt ist es aber natürlich auch so, als professioneller Asset Manager spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Das heißt, dieses Risiko, was du eingest, um einen Mehrertrag zu erwirtschaften, macht dann natürlich nur Sinn, wenn du eine möglichst lange Veranlagungsdauer hast. Wenn du beispielsweise in einem Jahr oder in drei Jahren dein Geld benötigst, dann macht es durchaus Sinn, auch das Risiko wieder deutlich zu reduzieren. Und hier ist mein ganz klarer Ansatz, das heißt, mit abnehmender Veranlagungsdauer muss auch das Risiko systematisch reduziert werden, um am Ende des Tages keine bösen Überraschungen zu erleben. Und hier finde ich dann auch noch sehr spannend die Zeit der Verdoppelung des Geldes, und zwar seit 1995. Das heißt, wenn du damals 10.000 Euro investiert hättest, hat sich das innerhalb des Zeitraums von 1995 bis 2002 einmal verdoppelt. Dann sind wir auf 20.000. Und jetzt merkt man schon den Zinseszinseffekt. Von 2002 bis 2009 hat man schon sein Vermögen von 20.000 auf 40.000 erhöht. Das heißt, es ist dann wieder eine Verdoppelung. Dann geht man von 40.000 auf 80.000 beziehungsweise von 80.000 auf 160.000. Und hier merkt man, dass man mit zunehmender Laufzeit einfach auch systematisch vom Zinseszinseffekt profitiert, weil der Ursprungseinsatz ist ja immer noch diese 10.000 Euro. Hier muss man aber auch ganz klar festhalten, dass das auf Basis von durchschnittlichen Erträgen gerechnet wird. Das heißt, im Jahr 2002 und 2009 waren wir in einer sehr turbulenten Börsenphasen. 2002 waren wir mitten in der Internetblase. 2009 waren wir kurz nach dem Platzen der Lehman-Pleite und der globalen Finanzkrise. Fakt ist aber trotzdem, dass ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte sehr viele Krisen erlebt habe. Wahrscheinlich mehr Krisen, als es in einer Menschheitsgeschichte überhaupt möglich ist, zumindest statistisch betrachtet. Und trotzdem war die Performance von einem Aktieninvestment langfristig einfach sehr sinnvoll. Insofern ein klares Plädoyer von mir, gerade für jüngere Menschen mit einem sehr langen Veranlagungshorizont, seid mutig, investiert auch euer Geld in Aktien, seid euch aber auch bewusst, dass ihr dementsprechend große Schwankungen in Kauf nehmen müsst. Und salopp formuliert kann man sagen, das höhere Ertragspotenzial bezahlt man wahrscheinlich mit der einen oder anderen schlaflosen Nacht. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu warten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Servus und Baba.